das macht mich nervös und das text und der ist ja direkt hinter mir ist wie irgendwo ist noch knorren wahrscheinlich hinter mir hinter der mauer okay ja ich meine so lange dahinter bleibt kommt raus ich hab mir so eine eisendings gemacht ich will die dias noch nicht aufbrauchen die dias sind nicht gut soll ich mal aufmachen gucken was dahinter so ist ich mach mir jetzt mal gleich mehrere pickaxes dann brauche ich nicht so oft wieder rauf weißt du wo willst du aufmachen nein lass die zombies mal schön da nein ich bin doch schon unten ich bin doch schon unten nein tu das nicht so gold eine medizinische studie hat erwiesen zombies sind fleischfresser kannst du mal sehen wie belesen ich bin oh wieder redstone gefunden ich mach mal jetzt licht hin also das wird mir jetzt langsam doch zu dunkel redstone und eisen von das witzige ist man ja ob du das gesehen hast hast du diesen pfeil gesehen den ich in der berg bei den bergen hingemacht habe in der nähe vom haus da sind dann berge da war ein pfeil aus lehm der zeigt zur wüste das heißt du kommst hinter meinem haus nicht in die richtung wo wir rausgegangen sind sondern da die andere richtung hinter ist dann so ein kleiner kiesweg der führt in die wüste extra zu meinem sand damit ich glas machen kann deswegen ich bin jetzt richtig weit geflogen um eine wüste zu finden weil ich wollte in der nähe von der wüste sein aber nicht ganz in der nähe weil das hat nicht zu meiner letzten karte gepasst hätte redstone gefunden gold gefunden das westland nehme ich mit das gold lassen war ne gold kannst du auch ruhig mitnehmen ja redstone ist wertvoller ja klar das kann ich auch da lassen weil wie gesagt redstone ist wertvoller was kannst du da lassen was kannst du da lassen die 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 sind aber auch wichtig ich finde das wertvoller ja du baust ja auch ganz viel mit redstone ich bin mal ich baue meinen damm tunnel hier weiter hoffentlich verbrenne ich jetzt nicht weiß ich mache erst mal hier ausgang sozusagen gleich hoch hüpfen kann ich habe ich habe schon 37 redstone weil irgendwie kriege ich nicht das ganze gold mit was ich hier mitnehmen will so nicht was essen muss ich anders machen möchte anders machen warte mal geh mal zurück sonst fällst du gleich mal gucken wo die lava hier geht kann ich das vielleicht ein bisschen absichern wenn man das gold auch mitnehmen alter richtig fetter lavasee siehst du das hier ne wo ich brauche mich gerade müssen runter ich sehe ihn bei mir schon richtig übel genau deshalb baue ich gerade dahinter rum dass er mir das gold nicht noch verbrennt weil gold kann man ja auch für für dings verwenden ja für tränke wenn ich mich nicht irre so jetzt sollte das gehen weiß ich nicht okay also hier oha also alles voll mit lava wollen wir nicht eine anrichtung bauen scheiß mal auf das gold gold ist nicht so ich glaube ich habe es gleich das erste gold haben wir schon weiter auch siehst du jetzt nicht gibt es nicht wow alter übel oder ja hier hier guck mal wo ich hier aber da findet man am ehesten redstone und diaz bei lava ich weiß bei lava sowieso werde ich jetzt mir mal daneben so ne so ne drecke suchen ich muss sowieso der weiß jetzt wo lava ist ich werde mir dann irgendwann immer auf die dauer einmal machen wird mir dann eine obsidian farm bauen gut das geht aber irgendwann mal auch so schwede leck oh kohle so jetzt machen wir das so da fallen zack da drunter ist keine lava das ist schon mal sehr gut kohle alle mitnehmen ja das ist wirklich so kohle findet sie gut aber eisen ist aber auch ganz schön häufig geworden ne schon mal gemerkt ja doch eigentlich schon ja dafür sind irgendwie habe ich zumindest das gefühl die diamanten reduziert ganz enorm diamanten und lapis ist glaube ich auch weniger geworden habe ich zumindest das glaube es könnte sein aber redstone hat man ja eh und je schon viel gefunden ja das ist sowieso und aus einem block bekommst du auch ein bisschen was raus das ist immer das gute so ich gehe jetzt noch mal nach oben und brenne jetzt noch mal die zwölf eisen hier oh und wieder redstone gefunden ja ich habe 37 redstone jetzt in die dings getan und das holz packe ich jetzt mal in die kiste so jetzt habe ich schon 37 redstone in der kiste ok ich glaube ich glaube ich glaube der server hat gerade lag oder so weil ich kann bei mir läuft alles super ich kann den block nicht abbauen bei mir läuft alles super ok dann stimmt bei mir irgendwas nicht ah jetzt kommt es keine ahnung was das ist redstone ja habe ich auch gefunden aber irgendwie kann ich hier nicht abbauen ich kann nicht abbauen und da habe ich gerade wieder 17 redstone bekommen mit vier blöcken geil das heißt ich werde mir dann irgendwann noch mal irgendeinen berg suchen werde mir dann ein schönes tor hin machen und dann werde ich mir da auch noch mal was rein bauen sowieso ich will ja mehrere immer mal irgendwann weiter ziehen oder so mal schauen meine spitzhacke ist kaputt so ordentlich redstone gefunden ordentlich mich mal drumherum falls das irgendwie geht weil irgendwer steht hier noch gar nicht aus irgendeinem grund kann ich keine steinblöcke mehr abbauen was ist denn das ja bitte falder falder das teil verarscht mich oder so habe ich das gefühl jetzt ist der block weg ähm ja hast du gesehen da hier ich baue das ab geht nicht baue du mal ab plupp 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 du baust mit der eisen ab ne ja warum nicht mit der stein ja krass vielleicht auch ein plugin irgendwas drauf ja nochmal mit der stein spitzhacke ja nochmal würde das gar nicht sein weil eben ging es ja auch die ganze zeit du ich bin gleich wieder da ja ich muss mal ganz kurz weg von der tastatur aha bis gleich ich habe mich kurz hier eingebaut weil man die große welt zeigen oder wie war das genau da ist der kalle weg zuschauer alle verkraulen nein 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 ganz so fies will ich nicht sein das machen wir nicht jetzt also alle hier verkraulen sehr übelst fies gut wieder heißen redstone redstone erst mal sicherheit ruhig wieder stütz dann ist nämlich alles weg das wäre nicht so gut da ist nämlich jede menge lava wo ging es hier da ging es rauf dann haben wir das mal gleich in den ofen hier vielleicht wieder ein bisschen heißen eintun das braucht auch auch dann das machen wir noch in den ofen rein jetzt trauen baue ich noch da hinten rum gebuddelt ein moment wo wir gucken wo ist denn der ist ich würde der kalle der kalle der moment ah da ist der kalle bei ihm ist da jetzt die kamera Hallo Mutti Okay Okay Der ist aber ziemlich lange weg Hat er so eine lange Leitung? Löchst er jetzt auch ordentlich Was abseilender Dicken fetten Küttel Ja Und dafür ist er ja auch schon ziemlich lange weg Gleich kackt er aber auch gerade in den Garten Weil er das Klo sauber halten will Man weiß ja nie Ist ordentlich Redstone Das ist ja mal geil Ist ja schon fast genug Um Pisten auszubauen Wenn er eben gleich mal Dass er Pisten ausbauen muss Weil er so viel Redstone hat Kann er schon mal gleich Die Ich würde sagen Die 15x3 Pisten Bauen Wo ich das System Vorhin entwickelt habe Das wäre nochmal eine richtig Geile Sache Gut Könnte eine Weile dauern Bis es nachgebaut hat Weil ich glaube So prädestiniert ein Redstone Ist er nicht Aber das wird bestimmt Eine halbe Stunde zuzugucken Okay Nach einer halben Stunde Dann macht er keinen Spaß mehr Äh Hallo Gar nicht wieder Er ist wahrscheinlich noch mit ins Klo gefallen Das ist ja Geins Mit wem redest du Mit deinen Zuschauern Achso was hast du gesagt Dass du möglicherweise ins Klo gefallen bist Achso Achso wenn du ins Klo fällst Wir gehen nie den fatalen Fehler und spüle ab Haben schon andere gemacht Und die sind definitiv nie wieder gekommen Ne ich hab mir noch schnell was zu trinken Also noch schnell was getrunken Ah ok Gut Wie lange willst du dann eigentlich die Aufnahme machen? So wie ich lustig bin Lustig bist Achso ich geb dir einen kleinen Tipp Ja Guck dir das Video hinterher nicht an Wieso? Nein Guck dir das nicht an Also was ich da so vor mir gegeben habe Ich meine ich hab nur Gutes über dich gesagt Und auch wirklich Nur ganz tolle Sachen Ne Ich hab auch Ich hab auch nicht gesungen Ne weil Ich werd's mir definitiv angucken Nein mach ich aber immer Ich guck mir die Videos immer an Weil je nachdem Was in den Folgen passiert Nenn ich halt auch bestimmt Die Folgen Je nachdem Achso Ok Was denk ich mir nicht vorher aus Weißt du Sag mal zum Beispiel In der Zeit wo ich jetzt weg war Hast du irgendwas wirklich witziges gemacht Dann könntest du zum Beispiel Du hättest gepupst Als Beispiel Und man würde das hören Aha Dann würde die Folge zum Beispiel heißen Der Pups in den Metos Zum Beispiel Äh ok Gut dass mir das nicht passiert Na was meine als Beispiel Deswegen Ich guck mir immer diese Äh Zähne nochmal an Ist immer so Ah ok Ja manche Leute denken sich aus So und so soll das heißen Also muss ich unbedingt Äh etwas in dem Sinne Unbedingt machen Äh zum Beispiel wie äh Den hau den Tentakel zum Beispiel Dann denke ich mir auf jeden Fall so Ich muss auf jeden Fall in der Folge Unbedingt einen Tinten verschwinden Und den hauen Sodass du mit Absicht dann was machst Deswegen damit die Folge so heiß Oder so Und das mach ich aber nicht Ich bin halt spontan Ich mach das einfach Und dann guck ich mal Wie ich die Folge nennen kann So am besten Spontan ist immer am besten Redstone Ja hab ich auch schon wieder gefunden Ich hab vorhin auch schon wieder Einiges in Sicherheit gebracht Weil ich hab irgendwie ein Talent dafür In den falschen Löchern zu landen Oh noch mehr Redstone Oh Ja Redstone Ich muss mal ein bisschen höher wieder Weil ich Ich stelle gerade fest Ich bin ein bisschen zu niedrig Also ein paar Dias Jetzt finde ich aber leider keine Diamanten mehr Wollte grad sagen Diamanten finde ich hier nicht mehr Jo Das ist so Aber wir haben ja auch eine ganz schöne Länge Zwölf und dreizehn Äh Ist die beste Also ist zumindest meine Erfahrung Zwölf bis dreizehn oder zwölf bis vierzehn Ist so die beste Höhe Wir sind jetzt so Wir sind jetzt elftausend Sind wir jetzt gerade Elftausend mit elf Ja Ja ich sag immer tausend Weil hinten nochmal die Nullen dran hängen Ja da ist aber ein Komma zwischen Ich weiß Was hast du für eine Note in Mathematik? Ach das hat doch nicht mit Mathe zu tun Na das ist selbstverständlich Ein Komma hat mit Mathe zu tun bei Zahlen Ich meine ob du nur 10 Euro oder 10.000 Euro in der Hand hältst Das macht doch wohl einen Unterschied Ich brauche noch mal ein paar Fackeln Wird das da hinten zu dunkel Ich habe auch nur noch 5 Bitte? Ich habe auch nur noch 5 Was hast du gesagt? Wie lange willst du die Aufnahme machen? Wie ich lustig bin Du lustig bist Aha Gut dann will ich es mal anders ausdrücken Jetzt bin ich ganz unlussig Nein Ich wollte sowieso nicht mehr so lange Ah ok So Die Truhe ist voll Wieso ist die denn voll bitte? Weil da ganz viel Stein drin ist Ich nehme mal das ganze Stein raus Pass mal hier die Kohle noch rein Dann äh So wieso machst du den Stein raus? Brauchst du da hinterher zum Baum? Weil wir sowieso gleich nach Hause gehen Achso Zum Ende der Aufnahme gehe ich immer nach Hause Ist immer so Achso Ja gut dann würde ich sagen wir nehmen alles mit oder? Ja klar ich lasse nichts hier Ich gucke gerade unten ob ich hier nochmal ein bisschen Diamanten finde Vielleicht habe ich ja noch ganz kurz Glück Bitte 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 Drück die Daumen drück die Daumen Und scheiß dir nicht ein Ja dann musst du ein bisschen großflächiger nehmen Dann hast du eher Glück Warte mal welche Höhe sind wir denn hier? Hier sind wir auch glaube ich auf 11 Auf Das ist die Höhe die du vorgegeben hast Zwischen 12 und 14 sag ich aber ok Das ist aber die Höhe die du gemacht hast Nein ich hab da Ich war auf Höhe 13 Keine Dias Das ist mal ein ganz übles Brot hier Äh Stein meine ich Boah ich dachte jetzt kommt hier irgendwo Lava runter Aber er hat eher eine Fackel gesetzt Hahaha Hahaha Ich hör doch was knorren Also hier muss irgendwo auch eine Höhle sein Behaupte ich mal Oh ja ich hör's auch Ja hier knorrt eine ganze Menge Ja hier knorrt eine ganze Menge War von allen Seiten irgendwie Ja gleich sind wir Und das ist hier so lange weiter bis die Platte kaputt ist Die Spitzhacke kaputt ist Sie sind mich gleich im Arsch Ah ok Ja meine macht auch nicht mehr lange Hat noch die Kohle hier Ja pass auf Gleich sind wir hier äh von Zombies umgeben Und dann kriegen wir hier erzählt gebt uns alles euer Redstone alter Dann werde ich dann werde ich zum Berserker das sag ich dir Redstone kriegen die nicht Die können die Dias haben die können das Gold haben ist mir scheißegal Aber das Redstone kriegen die nicht Ich hab hier einen kleinen Raum gebaut Von der Motto Ok ich geh schon mal hoch und äh schnapp mir ein paar Sachen Ja ich komm ich komm auch mit Lauf nicht weg weil ich find nie wieder zurück Ich sag's dir Ja hier hoch Verlauf mich immer Das ist auch äh wenn ich Singleplayer habe Meine Dias meine Kohle meine Eisen Mein Gold, mein Lapis, mein Redstone, mein Redstone, mein Redstone Ich pack einfach mal alles rein hier Dann hast du zumindest alles mit Okay mehr kann ich sowieso nicht So dann nehmen wir Naja das können wir eigentlich stehen lassen oder oder wolltest du mitnehmen Obwohl ja warte lassen wir es stehen Warte 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 Willst du einfach wieder hin? Dann hast du es fürs nächste mal hier ne Nein ich hab das äh also auch wenn ich Singleplayer spiele die Maps Ich mach mir immer so eine Fackenspur Dann bin ich auf Jahr wieder zu Ich muss was essen Nö brauche ich nicht Ich finde das auch so Warte ich esse nur kurz was Bist du auch voll mit Essen? Äh ich hab noch 5 äh Fleisch Ich hab nur noch ein Fleisch Das nehmen wir aber noch mit ne So zacke Ok ich pass kurz auf dass uns nichts passiert So wo müssen wir jetzt lang? Hier Hier Da war das genau Warte mal ich mach hier ein bisschen breiter den Weg Warte mal Ich wollte gerade sagen Kann man hier auch nochmal so machen So El Perfektus Äh ja 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 den Weg kenn ich wieder So und dann oben bin ich wieder verloren So Hier ist irgendwo ein Skelett Jo So hier hoch Ähm Warte mal Wir laufen glaube ich in die falsche Richtung oder? Nein 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 alles super warte ich will nur kurz ein Nimm mal den Apfel mit Okay jetzt komm mit komm mit Nimm mal hier das Leder bitte mit Äh Und das Fleisch Jo hab ich Alter Und Apfel Okay Komm schnell mit Ja okay gut So Und jetzt schnell mitkommen Schnell mitkommen schnell Hier hoch hier hoch Ja ja äh wenn ich hier hoch komme Darf doch nicht so zickzack Siehste da ist da 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 oben ist der Pfeil siehst du ihn? Da oben ist der Pfeil Der zeigt zur Wüste Und gegenüber vom Pfeil ist mein Haus Das ist da Jo Okay Nimm mal bitte das Fleisch mit Ich kann nichts mehr aufheben Okay Hab ich Okay dann einfach hier runter Und rein hier rein hier Ah 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 Wir sind Ah ha ha Junge Warte mal Warte mal Warte mal Das Skelett glaub doch nicht dass es sicher ist von mir oder? So warte mal Dann werde ich mir nochmal extra eine Kiste anlegen jetzt hier Oh warte mal Wo willst du einen Stein rein machen? Äh du hast ja nicht wirklich sortiert Ne hab ich noch nicht Das ist äh dann mach ich das mal hier so mit rein Also ich mach jetzt gerade extra eine Kiste für die Rohstoffe Oh Ich würde sagen ich pack mal alles so da rein Weil wer weiß ob ich äh Beim nächsten nochmal dabei bin Dann hast du wenigstens Material ne? Jo So So jetzt packe ich hier auf jeden Fall die Rohstoffe rein Dann hast du für deinen nächsten Gast auch gleich noch ein bisschen Material Sag mal die Rüstung die packe ich am besten auch rein oder? Ja hier 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 Was was? Pack die hier rein Hier wo ich jetzt stehe Okay Nein hier oder da Achso da wo du drauf stehst Ja ist okay Ja blupp In die Kiste werde ich jetzt die ganzen Werkzeuge und die Rüstung reinpacken Deswegen nehme ich das mal raus hier und die Rohstoffe nehme ich auch mal raus Dann packe ich mal meine Sachen da rein Und die Map die gebe ich dir dann nachher aktualisiert Damit du dann deinen nächsten Gast dann hier drauf holen kannst ne? Alter hier so viele Sachen sind hier ne? Warte mal So ne So ist besser sortiert Ja ich sortiere auch gerade ein bisschen Ähm warum machst du das nicht so? Das heißt jetzt kommt hier So 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 Saubere aus So dann mach rein Hier Oh Wo was denn da ist die Steine? Genau und da kommen jetzt komplett gerade die Steine rein So 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 Und wo machst du den Kies hin? Ja warte Moment 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 Ich würde sagen hier, hier wo ich jetzt stehe kommt Kies und Erde rein Okay Dann speise ich den Kies mal rein So 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 Ich mach nochmal ein paar Kisten, warte So So Hier haben wir noch Erde, das war ja da hinten Äh was mach ich denn? Erde 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 So 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 äh den Sand Sand auch bei der Erde mit dabei oder was? Bei Kies Ja ja klar Jetzt hast du meine Kiste eingesammelt Was hab ich? Meine Kiste Ah Ich bin doch deine Kiste nicht Alter Das wird ja immer schlimmer hier draußen Also Spinnen höre ich hier Skelette So hier kommt jetzt Hier kommt jetzt der ganze Krimskram rein Also so wie sich das anhört könnte man hier so richtig den übelsten Büssten Horrorfilm drehen hier Hahahaha Ich glaub das Dafür ist ein bisschen zu hell hier dann Ah hier ist Holz Okay dann pack ich hier mit Holz mit rein Jo Und nehmen wir nur mal kurz was raus Um eine Kiste noch zu machen nur für Essen Eine Essenskiste die kommt da hin Plupp 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 Und damit einfach mal rein Was kommt da hin Ah warte mal Ich muss meinen Panzer auch ausziehen Sonst ist das nämlich nachher weg Äh normal dürfte es nicht weg sein oder? Das war bei mir immer jetzt so mit bisher Okay Gut Warte dann mach ich mir ganz kurz nochmal was zu essen Hier fertig Dann hab ich das später Willst du jetzt wirklich noch rausgehen? Nein ich hab's mir gerade anders überlebt Hahahaha Hier wie gesagt hier war damals der Hauptein und Ausgang Und hier werde ich jetzt halt ein Tunnelsystem bauen Hier und dann geht hier hinten eine Treppe runter Ah ok Dann geht die hier runter unter die Erde Und dann wird hier halt immer schön dickfett Weil das wird jetzt ähm Später wird das denn alles zugemacht Und dann wird das alles mein Lagerraum hier unten Und die ganzen Kellersachen Ja gut dann kannst du hier unten auch quasi so so einen Meinen machen unten drunter unter dem Haus oder? Ja klar alles Ich werde das jetzt ja komplett wegfarmen alles Richtige Räume und so So Brauchst du noch was zu essen? Äh ich denke nicht dass es notwendig sein wird Ah ja stimmt So Dann danke ich dir auf jeden Fall dass du mein Gast warst Für die heutige Folge Ja ja Hahahaha Es sind sogar vielleicht sogar zwei Könnte sogar hinkommen Hahahaha Hey yo Das musst du ja wissen Ja also wie gesagt Die Zeit verflog gerade sehr schnell Das ist irgendwie mit dir macht das auch dickfett Spaß Muss ich ganz ehrlich sagen Okay finde ich cool Ähm Vielleicht wirst du auch bald mal wieder mein Gast Jo mal schauen wie sich das ergibt Das Ja oder das nächste Mal sogar Mal schauen wir werden sehen Ja Leute ich würde mal sagen das war's von mir Metos möchtest du noch irgendwas sagen? Äh Oder singen Singen? Nein 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 sonst hast du hinterher wirklich keine Zuschauer mehr Nein ich denke mal ich verabschiede mich jetzt auch Und tschüss Ja aber Leute ich bin weg auf Wiedergeschauen